Kreme Luminizer 3.2 g Hintja, 3 g Hinnistan-Gewizli-Jahr, 0.2 g Balmumu, 1 damla E-Vitamini, 1.5 g Alten-Sidde, 1.5 g B-Assidde. Herkunft sol presente, 1.5 kg beğen muslin entrenすleven 3.5 g Alten-Sidde, 3f. Akin�� crec by fine lash and lese, 1.6 g Balmumu, 1.5 g Balmumu var. Das ist eine kleine Kaffee, ein bisschen Mettegel. Das ist eine Kaffee-Karte. Das ist eine E-Güchte Kaffee, dann gibt es eine kleine Zedef, einer Zedef und eine Zedef mit einem Zedef. Die E-Vitamin, dann wird es eine Kaffee-Karte, und dann eine Kaffee-Karte, eine Kaffee-Karte. Das ist ein Kaffee-Karte. Das sind eine kleine Teile, eine Kaffee-Karte. Also wenn man die Teraß ist, wenn man die Teraß ist, dann kann man die Teraß. Ich habe eine E-Vitamin für eine E-Vitamin. Ich habe einen kleinen Teraß. Ich habe einen Teraß. wenn man die Kulern aufbauen kann, wenn man die Kulern aufbauen kann, wenn man die Kulern aufbauen kann. Aber es ist eine Rengtonne, das ist ein sehr schönes Rengöl. Die Kulern ist ein sehr schönes Rengöl. dann zettetet, das pferd vielteig ist, dass ich zum Beispiel den könnt. Das ist für mich für die Lichter will meine delizieren. Ich habe eher einen Schlag und die Zeit bekommen, auf und Setzen beziem. Ich habe meine Bezle zu tun. Alles hier zu tun. Dann starte ich den Kalki. Ich werde den Kalki auf das Kalki auf. Mal gucken, das zu etwas zu tun. Ich möchte alles entspannen. Ich habe die Bekleidung nach dem, aber es ist nicht so gut. Aras da kaşık Sırtayn'ı kenardan essin, çünkü orada topaklı olabilir, bunu istemiyoruz. Kıram almaya başladı, topaklı sanki da kalmadı, şimdi tabiki hepsi böyle sıvılamış halinde, nasıl onu şimdi yapabiliriz. Bir tarafta tabiki parmaklara onu yapabiliriz ama diğer daha temiz seçenek, saç kurutma makineler. Renk ama gördüğünüz gibi çok güzel oldu, deneyin bir kez, çok fazla oldu bence. Yani böyle highlight olarak çok güzel bir renk oldu bence. Önce kaşıktan arındıralım, daha kolay sonra. Şimdi gördüğünüz gibi kaşıktan yeterli kadar temizledim. Burada da kenardan biraz dibinde aktı, istersen bir kez daha çubukla karıştırın, yani dibine oturmasın ama genelde yapmaz. Soğutmaya bırakın, bunları hemen kullanabiliriz, yani sayat hoş değil. Dudak olarak da bence güzel bir renk de olabilir. Şimdi bu böyle soğutmaya bırakın, bunu sonra kapatın. Islak parmaklara lütfen girmeyin, korucu koymadık. Yani bence güzel bir ürün oldu. Bakın, deneyin, bana yorum bırakın. Dediğim gibi benden bugün bu kadar. Yustinizabunatelier.com'dan. Bye bye.